So, jetzt hören wir uns mal Yuyo und Loredana an. Das will ich mir jetzt mal anhören. Endlich haben wir heute mal einen Tag, wo krasse Leute mal Songs rausbringen, also die man kennt. Wir haben ja sonst immer oft gestreamt, wo Leute Songs rausgebracht haben, die ich teilweise gar nicht kannte. Jetzt hören wir mal wenigstens ein paar Songs von Leuten, die man so kennt. Ich bin mal gespannt. Loredana und Yuyo, kein Wort. Okay, let's go. Ich verstehe kein Wort, ja, 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 ja. Ja, Fatty TV. Video gedreht. Immer wenn du mir sagst, es ist vorbei, glaub ich dir kein Wort, denn ich hab, was du willst und du weißt, es gibt keine Zeit, ich glaub dir kein Wort, keine zweite Chance, ich glaub dir kein Wort, wie kann man jemand so krass hassen, wie ich dich? Alle dachten grad, wegen Yuyo im Song, wie kann man jemand so krass vermissen und sie meint, hassen. Also, ich höre auf jeden Fall ein bisschen Stimme im Autotune raus. Ja, das ist ein bisschen, denk ich mal, ja, da ist auf jeden Fall safe an Mosik, ne? Safe an Mosik, ihrem Ex. Juju ist schon, ne? Es gibt keine zweite Chance, ich glaub dir kein Wort, keine zweite Chance, ich glaub dir kein Wort. Ja, ja. Seid ihr sicher, ich bleib eiskalt, auch wenn du scheiße laberst, sagst, du willst allein sein, ich sage nichts, obwohl's mich fickt, denn ich will keinen Streit, ich bin immer unterwegs, kein Zeit, Zeit. Du weißt, auch, ich bin scheiße, ich bin egal, wer schmutzig reibt, was labert ihr da mal? Ja, den Song kann man sich geben. Wow. Ich schwör's dir, der Part ist geil. Der Part ist geil. Der Song kann man sich geben. Der Beat ist auf jeden Fall geil, man. Beat ist geil. Der Beat rettet. Fanny, 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 Fanny. Ja, 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 ja. Ich schwör den Song, den kann man sich geben. Jujus Part war richtig gut. Ich fand die Stelle voll geil, wo die auf einmal voll dem Echo gerappt hat. Das war geil, warte, lass das nochmal hören. Das hier. Das ist gut an. Ohne Scheiß, Leute, der Song ist gut. Der Song ist gut. Ich feier den. Ich feier den, das kann mir niemand sagen. Ich feier den, weil der nicht feiert, feiert ihn nicht. Ich feier den. Ich bin, ehrlich gesagt, kein Riesenfan von Loredana, ne? Aber der Song mit Dings, der Song war zum Beispiel scheiße, absolut Schrott. Konnte ich mir absolut nicht geben mit dir. Absolut nicht mein Ding. Aber der Song, Beat war gut. Jujus Part war sehr gut. Und die zwei harmonieren miteinander, das merkt man. War gut. Kann man sich geben. Von 10 Punkten würde ich 7,5 bis 8 geben. Eher 8. Musik ist Geschmackssache, ne? Das stimmt schon. Keine Frage. Musiks,ja?